In diesem Video möchte ich mal über ein Problem sprechen, mit dem sich sehr viele Programmiereinsteiger konfrontiert sehen. Und zwar empfinden viele Leute das Programmieren lernen als ziemlich frustrierend. Es gibt unfassbar viele verschiedene Programmiersprachen, hunderte von Libraries und Frameworks und da ist es völlig normal, dass man als kompletter Einsteiger oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Als ich damals mit dem Programmieren lernen angefangen habe, ging es mir eigentlich exakt genauso. Ich hatte Phasen, in denen ich super motiviert war. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch echt frustrierende Phasen, in denen ich mich wirklich durchbeißen musste. Und wie ihr diese frustrierenden Phasen überstehen könnt, darüber möchte ich in diesem Video einfach mal sprechen. Wenn du schnell, einfach und mit einem roten Faden das Programmieren lernen möchtest, dann schau dir unbedingt mal Programmieren starten Premium an. Darin hast du Zugriff auf unseren gesamten Kurskatalog und auf unser exklusives Community-Forum. Link ist in der Videobeschreibung. Wieso empfinden eigentlich so viele Programmiereinsteiger das Programmieren lernen als so frustrierend? Eigentlich ist das Ganze ziemlich schnell erklärt. Man beginnt das Programmieren lernen ja nicht einfach komplett grundlos. Oft hat man schon irgendwelche coolen Ideen, die man umsetzen möchte. Für die Umsetzung dieser Ideen fehlt es uns aber noch an Wissen. Wir beschäftigen uns also zuallererst mal mit Grundlagen einer gewählten Programmiersprache und das kann oft ziemlich trocken sein. Während wir also voller Ideen stecken, müssen wir uns mit irgendwelchen trockenen Programmiergrundlagen auseinandersetzen. Und gerade dann, wenn man beim Lernen schon Probleme hat, weil man irgendein Konzept nicht versteht, kann das wirklich sehr frustrierend werden. Meiner Erfahrung nach entstand dieser Frust immer dem Wunsch, sehr schnell die Grundlagen hinter sich zu bringen, um einfach direkt durchstarten zu können. Man geht an das Programmieren lernen also mit einer gewissen Erwartungshaltung ran. Und zwar mit der Erwartungshaltung ziemlich schnell ziemlich beeindruckende Dinge programmieren zu können. Bestärkt wird diese Erwartungshaltung wahrscheinlich auch noch durch Social Media. Da sieht man nämlich immer wieder richtig coole Projekte von sehr talentierten Programmierern. Aber diese Erwartungshaltung ist natürlich nicht mit der Realität vereinbar und so wird das Ganze zu einem ziemlich frustrierenden Unterfangen, weil man dann enttäuscht wird. Und meiner Meinung nach muss das einfach nicht sein, denn das Programmieren lernen kann auch bei den Grundlagen sehr, sehr viel Spaß machen und Freude bereiten, wenn man einfach mit der richtigen Erwartungshaltung an die Sache rangeht. Denn alleine mit den einfachen Grundlagen der Programmierung, komplett ohne irgendwelche Frameworks oder Libraries, kann man schon so coole Sachen bauen. Klar, das sind dann Konsolenanwendungen, also Anwendungen in eurer Kommandozeile, aber da kann man schon so viele coole Automatisierungen zum Beispiel bauen. Mit einfachsten Mitteln kann man sich als Programmierer also schon den Alltag deutlich vereinfachen, indem man irgendwelche Prozesse automatisiert. Und ihr werdet feststellen, dass das schon sehr, sehr cool ist und sich gut anfühlt, weil man dann auch wirklich schon sofort Programme baut, die einen Nutzen haben. Fang also am besten einfach klein an, beispielsweise mit einem Programm, das eine E-Mail-Vorlage in deine Zwischenablage speichert. Oder einem Programm, das alle Dateien auf deinem Desktop in Unterordner sortiert, je nach Dateityp. Einem Programm, das eine To-Do-List darstellt und dich an deine Aufgaben erinnert. Einem Programm, mit dem du das Wetter abfragen kannst. Es gibt tausende kleine Ideen, die man umsetzen kann und die wirklich schon sehr, sehr gute Programmierübungen darstellen. Und mit jeder dieser Ideen wächst du als Programmierer und kannst immer größere Ideen umsetzen. Haltet eure Erwartungen jedenfalls anfangs etwas kleiner, dann werdet ihr nicht enttäuscht und fühlt euch wirklich gut beim Programmieren lernen. Mit der Zeit wächst euer Selbstvertrauen als Programmierer. Je mehr ihr übt, desto schneller geht das Ganze. Und dann könnt ihr auch große Projekte umsetzen. Seht das Programmieren lernen auch nicht unbedingt als eine Aufgabe, die jetzt wirklich schwer zu bewältigen ist, sondern vielmehr als ein Spiel. Denn mit jeder Fähigkeit, die ihr euch beim Programmieren lernen aneignet, werdet ihr als Programmierer stärker, eure Möglichkeiten beim Entwickeln eigener Software wachsen exponentiell und die kreativen Einsatzmöglichkeiten eures Wissens werden immer größer und größer. Geht an das Programmieren lernen also mit geringeren Erwartungen ran und versucht das Ganze spielerisch zu betrachten. So reduziert ihr das Frustpotenzial und entsprechend macht das Programmieren lernen dann auch Spaß. Wenn euch dieses Video geholfen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wenn ihr das tut, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Programmieren lernen. Auf Wiedersehen.